Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC, dritter Teil des finalen Dramas in Kenia. Hallo, guten Tag. Oh, der Co-Driver. Übermotiviert. Ich bin's hoffentlich nicht. Ganz geschmeidig rumzirkeln. Vollkommen klar. 5, 4, 3, 2, 1, go. Und 5 links, 200. Abzweigung, scharf links, leicht schneiden. 80, 80 ist ja mehr als leicht. 30, 3 links, scharf. In 2, rechts, kurz. 30, 2, rechts, kurz. In 2, links, scharf. 150. Droh, Welle. In 4, rechts, 70. Leicht links. Und leicht rechts, 90. Kuppe, 50. 4, links, 60. 3, rechts, 60. Leicht rechts, 40. 3, links. Und 2, rechts, leicht schneiden. Und abzweigen. Kehre links. Und scharf rechts, nicht schneiden. Diese 1er-Kombination. Zu Rügel auszusparen. Diese 1er-Kombination. Zu Rügel auszusparen. 4, links, über Kuppe, lang. Macht auf, 30. Kleine Kuppe, 30. 1, links, lang. Und leicht rechts, 50. 3, rechts, macht auf und macht zu. 1, rechts, über Kuppe. Hade ich eigentlich jemals einen grünen Sektor? Bei der Rallye? Glaube nicht. Wenn ich gut dabei war, habe ich kurz vorm Schluss weggefeuert. Vielleicht heute. 5, links, kurz. Und Kuppe, 80. Sprung, 120. Späte 3, rechts, 60. Abzweigung, kehre rechts. 6, rechts, 70. 60. 3, links, kurz, 80. Kuppe, 100. Langsam, 6, rechts, über Kuppe, 30. 3, links, 50. 4, links, kurz, 100. 6, rechts, 160. Leicht links, 40. 5, rechts, 30. 5, links, über Kuppe, 70. 5, links, halb lang, grob, 100. 5, links, grüner Sektor. Langsam, 70. Why? MCA. Ha, ha, ha. Aber trotz grünen Sektor, trotzdem haben wir aus der Welt. Obwohl, ja, die Zwischenzeit war 5,5,5. Also 0,5,5. 150. Leicht rechts, 40. 6, rechts, kurz, 60. Leicht rechts, schneiden, in 4, links. Schneiden, in 6, rechts, 50. 5, links, 30. 3, rechts. Und 3, links. Und 4, rechts, scharf, 60. 60. 60. Und 4, links, bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 3 Minuten. 36,3. Ai, ai, ai. Cap Mittelfeld. Aber mittiges Mittelfeld. Hm. 20. 60, das ist nix. Wo bin ich zufrieden? 2, 30 hinter P1. Das ist doch eigentlich erst, das hat man, das hat man, das ist ja noch nicht mal, ach Gott, wenn ich dann langsam Rennklasse wäre. BC1, BC2, noch nicht mal solche Unterschiede. Wir haben uns den Wagen angesehen, außer ein paar kleinen Dingen, wie Motor kaputt. Ist alles, alles zur Äftung. Oh mein Gott. Perfekt. Keiner braucht Getriebe. Getriebe überbewertet. Und jetzt kommen die Full Attack Reifen. Full Attack hat ja bekanntlich schon, ja, die letzten zwei Folgen gut geklappt. Und rein geht's. Die Crew, die hier aus dem Service kommt, betroffen, dass die Zeit und Mühe der Techniker gut investiert waren. Start, 50, 4 links, viel Glück. 5, 4, 3, 2, 1, 50, go. 4 links, scharf, in 3 rechts. Und 3 links, 30. 5 rechts, 70. 5 links, in 4 rechts. Und 6 links, 100. 6 links, 80. Leicht links, kurz, 180. 5 rechts, kurz, 70. 5 rechts, kurz, 70. 4 links, macht zu, über Kuppe, 40. 6 rechts, und kleine Kuppe, 100. 4 rechts, 4 rechts, lang, 50. 5 rechts, macht zu, 30. Oh, 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 fuck. Das kann's wirklich nicht sein. Das kann's wirklich nicht sein, ne? Ich werde mit diesem Auto einfach nicht mehr warm. Und 6 rechts, 160. 6 links, 30. Leicht rechts, 50. 4 rechts, nicht schneiden, 60. 3 rechts. Und 4 links, nicht schneiden, 110. Leicht rechts, 80. Kuppe, sofort 3 rechts, 50. 6 links, langsam, 60. Abzweigung, kehre links. 40, 3 links, halb lang, 170. 20. Dieser Einlingfehler hat 20 Sekunden. Ich habe vorgerufen, das kann's nicht sein. KI ist einfach übermächtig. Vielleicht habe ich aber auch das Manta-Problem. Dass das Auto einfach nicht geil auf Schotter ist. Bisschen ist noch der Manta, der war ja noch nicht mal freien Fall schnell. 40. 4 rechts, halb lang, 190. Langsam. Scharf links, verdeckt. Und Abzweigung, scharf rechts, 30. Ah, ich kann keine Gebirgskette cutten. 1 links, 30. 2 rechts, 40. Leicht links, 50. Das Ding ist, egal wie kacke es gerade läuft, ich habe immer noch Bock, dieses Spiel zu spielen. 5 rechts, rechts. Ich würde mich, wenn ich mit dem Rallye dann durch bin, direkt reinsetzen mit dem nächsten Kfz in die jeweilige Rallye dann. Ich bin jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Tage im Voraus unterwegs. Das ist mir persönlich ein bisschen zu weit im Voraus. Wer weiß, was ich dann, auf welche aktuellen News ich nicht reagieren kann. Die, keine Ahnung, die WEC hat das in Kooperation mit WRC. Und Rallye Kedia wird jetzt auch mit der 2016er LNP1 gefahren. Das ist ein News. Ich quasi brandneu wiedergeben will. Ah, achso, ich war schon durch, alter Vater. Habe ich schon selber nicht mehr gemerkt. Ich dachte, er ist rechts hoch und dann, dann sind wir durch. Eui, eui, eui. Letzte Stage. Auf geht's, auf geht's. Die Reifen wieder sehr gut. Und mein Teammate, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Achso, ich bin drauf. 43 Sekunden hinten, das ist egal. Sechster Platz, das ist wenigstens ein bisschen Punkte. 20 Kilometer. Absoluter Reifenportal. Wieso oft? Das wird sehr schön. Es wird richtig rausgerüttelt. Man könnte jetzt denken, oh, es geht lang, das wird nix, aber das wird hier richtig töfte. Der entspannte Fahrer. 3, 2, 1, go. Leicht links, 150. Langsam. Leicht rechts, nicht schneiden. 40, Abzweigung scharf links, 30. Rechts über Kuppel, 100. 4 rechts, nach Kreuzung, mach zu, in leicht links, halb lang, nicht schneiden. Bremsen und 6 rechts, mach zu und 1 links, mach zu und 1 rechts kurz, 30. Scharf links, 40. Abzweigung, 3 links, 80. 5 links, kurz, langsam, und leicht rechts, 40. Abzweigung, kehre rechts, nicht schneiden. 80. 6 links, hoch, 40. 6 rechts, macht auf, gewundert, 270. Bang. Langsam, 5 links, 30. Abzweigung, scharf rechts über Kuppel, nicht schneiden. In leicht links, 200. Das ist fein. Wir haben eine Ausdachzone, die nutzen war. Geradeaus, über Kreuzung, 150. 3 links, kurz, über Kreuzung, nicht schneiden, 90. Lang Kuppel, langsam, 50. 6 rechts, 30. 2 links, wellig, 40. 5 links, kurz, 30. 6 rechts, langsam, 40. Kuppel und Abzweigung. 1 rechts, kurz, 450. Abzweigung, 2 links, scharf, 80. 3 rechts, halb lang, 160. Achtung, 5 links, kurz, wird enger und scharf links. Und 5 rechts, in 6 links, 100. Langsam. 6 links. Und Abzweigung, 1 rechts, felsinnen und leicht links, 30. 6 rechts, in leicht links, langsam, 120. Bang! Abzweigung, 3 rechts, kurz, verdeckt, in 3 links, halb lang, mach zu, 40. Abzweigung, 4 rechts, kurz, nicht schneiden, 550. Wird komplett reingeschnitten. Abzweigung, 4 links, verdeckt, 220. Welle, langsam, 120. Kuppel, 30. Abzweigung, 1 rechts, 30. Leicht links, nicht schneiden, 50. Abzweigung, scharf links, nicht schneiden, 30. 6 links, 70. 6 rechts, Überfälle, 190. Warum nicht? Früher so. 6 links, und leicht rechts, Überfälle, in leicht links. Und Kuppel, 50. 6 rechts, Überfälle, 80. 6 links, wird enger. Und 6 rechts, kurz, 70. Leicht links, leicht rechts. Leicht links, lang, 60. Bremsen. 6 rechts, 50. 4 links, kurz, in sofort, 2 rechts, verdeckt. Und 1 links, und 2 rechts, macht zu, 170. Mal leicht nach links gedenk, ist nichts passiert. Ein bisschen leicht, noch leichter nach links, immer noch nichts. War unangenehm gerade. 6 rechts, kurz, 110. Leicht links, 80. 6 links, langsam, 100. Verdeckt, 2 rechts, scharf, 30. 4 links, kurz, 30. Leicht rechts, 70. Verdeckt, 5 links, kurz, innen, und leicht rechts. Bremsen, 60. Abzweigung, scharf, rechts, bergauf. 60. 2 links, kurz, in 6 rechts, 50. Kuppel, 40. Späte 6 rechts, über Kuppel, außen, 100. Ruckig. Leicht rechts, und 6 links, kurz, nicht schneiden, 50. Leicht rechts, über Welle, 110. 4 rechts, kurz, wellig, 190. Späte 3 links, innen, 120. Abzweigung, 1 rechts, Fels innen, 600. Achtung, 6 rechts, über Kuppel, in 5 links, kurz, über Welle, 170. Doppel, Achtung, Abzweigung, 6 rechts, 6 links, und leicht rechts, 70. Rechts, über kleine Kuppel, langsam, 80. 6 rechts, über Kreuzung, und späte 4 links, 30. 4 rechts, kurz, 1.000. Uh. So, come on, Eslan, set up. Zeig, was du kannst. Ja, aber ich muss schon schalten. Richtig vor allem. Richtig schalten. Richtig. Achtung, weite Kehre rechts, nicht schneiden. Macht auf, und 1 links, kurz, hoch, in leicht rechts, 100. Leicht links, über Kuppel, 120. Verdeckt, 3 links, über Kuppel, 40. 2 rechts, 40. 40. 40. Verdeckt, 1 links. Die 3 kam doch schneller als erwartet. Aber ich war auch schneller als erwartet. 80. Meine reine Speed war schneller als erwartet, die ich da ankam. 2 rechts, kurz, bei Kreuzung, 70. Kuppel, 50. 4 rechts, 160. Langsam. Doppel, Achtung, Kuppel, 30. Scharf links, 30. 30. Sprung, 130. Das wäre witzig, wenn das jetzt 130 Meter einfach im Flug bewältigt werden. Langsam, 6 rechts, 30. Abzweigung scharf rechts. 70, leicht rechts, 40. 6 rechts, nicht schneiden. Und leicht links, 80. 6 links, Achtung, 70. Starke Welle, rechts halten, in 3 links scharf, 60. 4 links kurz, 30. Abzweigung scharf links, über Kuppel, 220. Langsam, 6 rechts, über Sprung, 60. Rechts über kleine Kuppel, und 3 rechts, kurz. Wasser, in 1 links, kurz. Und rechts über Kuppel, in 1 links, kurz. Und Welle, 60. Abzweigung, 1 rechts, links halten. In 3 rechts, 40. 4 links, kurz. In 3 rechts, kurz, 40. Bremsen, 6 rechts, 30. Manche Ausreißer sind wirklich schlimm. Kleiner Sprung, sofort 2 rechts, und 1 links. In 6 rechts, 90. Kurz, 5 links, 5 rechts, 30. Scharf links, kurz. Und 5 rechts, 40. Oh, oh. 3 rechts, bei Baum. Macht auf, in 4 rechts, über Kuppel, 60. Späte 3 rechts. Und kleiner Sprung, 30. Scharf links, 50. 4 links, kurz, 40. Bei diesem Abschnitt wird gestruggelt. 2 rechts, 30. 2 rechts, 30. Aber das ist sehr huckelig, was die Fahrt sehr knifflig macht. 1 links, 30. Weil das Heck denke ich, dass jedes Mal, ey, soll ich was für mich was machen? Na komm, ich mach's. Und 6 rechts, 120. Und schon bin ich hinten. Wie? In einem Sektor? Einfach 18 Sekunden weggefeuert? Also, come on. Das ist doch wirklich wieder... No, 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 no way. Das glaube ich dem Spiel einfach nicht. Diese Zeiten, das glaube ich denen einfach nicht. Das glaube ich denen einfach nicht. Für so viele Sektoren baue ich mir das hier zusammen. Achtung, 5 links, kurz. Und 3 rechts, 30. Da kommt ein Sektor, der alles wegfeuern soll, auf gar keinen Fall. Vor allem, das war jetzt kein grober Fehler, das war einfach nur sehr viel quer. 5 links, kurz, 30. Bei dem nicht so schnellen Sektor. Und 2 rechts, kurz. Und 4 links, kurz. Das glaube ich dem Spiel, aber nicht. Das ist unfassbar. Abzweigung scharf links. Wird enger. 30. Jetzt bin ich 6 Sekunden hinten. Kuppe, in 4 links, kurz. 40. 3 links. Mach zu, Wasser. In links, übersprung. In 5 links, 90. Links über Kuppe, 230. Langsam. 6 rechts, kurz. Umbauen. 80. 1 rechts, kurz. Und 4 links. Und 3 rechts. Mach zu, 50. 4 rechts, kurz. In 3 links, kurz. 100. Leicht links, 80. 3 links, kurz. In Senke. In rechts, über Kuppe. Sofort 2 links. Macht auf. In sofort 1 rechts. Macht auf. Yay, 1 Sekunde gut gemacht. 30. 2 links, kurz. In 1 rechts, kurz. 40. Das ist ein kurzes Wetter, Jahrhundert Run. 1 rechts. Ha, und schau, bin ich wieder ertäuscht. Abzweigung, 2 rechts. 220. Leicht links, bei Baum. 150. Langsam. 6 rechts. Und Abzweigung scharf links. Macht zu. 30. 2 rechts, kurz. Fels, himmel. In 6 links. Und leicht rechts. Langsam. 40. 1 links. Macht zu. 30. Späte 3 rechts. Nicht schneiden. 90. Oh, oh. Ah. Jetzt ist wirklich alles raus. Ich kann dieses Auto einfach nicht. Ich glaube, es ist offiziell. 1 rechts, 40, kurz, 5 links. 5 rechts, 30. Oder ich pushe zu sehr und werfe es besser weg. Und 6 rechts. Weil eigentlich alle anderen Autos sind so viel besser. In 4 rechts. Mit gleicher oder weniger Fahrkönnen. Langsam. 6 rechts. 30. Dann ist es jetzt einfach mal so. 2 links, scharf. Um Baum. Und scharf rechts. Macht auf und macht zu. 3 rechts. 60. Links halten. In leicht rechts. 130. Verdeckt. Weite kehre links. 80. 5 rechts, kurz. 200. Überziel. Bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 13 Minuten. 15 Sekunden. 53,9. Oh. Das ist. Das ist wirklich. Das zieht an runter. Sowas zieht an wirklich runter. Hm. Ich brauche ein neues Auto. Was für eine Leistung. Ein Rennen auf höchstem Niveau hat sich für diese Crew ausgezahlt, denn sie klettert in der Gesamtwertung des Events nach oben. 15. Ja. Gibt trotzdem keine Punkte. 3,15 hinter P1. Das. Also wirklich. Also. Das ist doch nicht nur. Das kann doch nicht nur an den Fehler liegen. Die ich mache. Ich bin jetzt nicht irgendwie mit 4 mal schleifenden Reifen, Motor, Turboschaden, alles auf rot. Mit 40 haben wir durchgedümpelt. 3,50 ist einfach so eine absurd hohe Zahl. Das kann. Da kann einfach irgendwas nicht rechtens sein. Es ist ein EA Spiel. Und Codemaster Spiel. Da muss irgendwas nicht rechtens sein. Und wir müssen dritter werden mindestens. Ein Event to go. Das wird knifflig. Ziel ist auf jeden Fall. Den BMW M1 Broker zu holen. Oder wenn es eine Asphalt Rallye ist. Bleiben wir bei Porsche. Ich habe mir gerade unsere Finanzen angesehen und wir erreicht... Alle super Töfte. Nun. Das nächste Event. Das war doch irgendwas, wo wir einen kleinen Boost kriegen sollten. Soweit ich mich entsinnen kann. Äh. Kalender. Äh. Nee. Das machen wir mal nicht. Ist eh eine Gleichmäßigkeit Rallye. Da halten wir uns sowas von raus. Aber wo haben wir das denn? Wo haben wir das denn? Hier. Da. Unser nächstes Event. Rallye. Skandia. Also Skandinavien. Schneetreiben. Sind wir schon mal in Skandinavien gefahren? Weil wir hatten jetzt... Wenn es ins Weiße reinging. War es immer nur Schweden. Aber die skandinavische Rallye, die hat man glaube ich noch nicht. Von daher. A World Premiere. Oh, ich habe richtig Bock. Heilige Makrele. Es kann nur krass werden. Bye. Have a great time. Auf.